Hallo Leute und Willkommen zurück bei Maren Let's Play von Tombler, der Kumpel. Ups, welcher Schmarrn-Storm. Ähm, das Spiel hat er sich eben kurz aufgehoben gehabt. Also es hat abgeschmiert, abgespackt. Mann, der lege Entweder. Fail, fail, fail. Fertig. Das nenne ich mal ein Qualitätstreppengelände. So, jetzt immer auf einem Extra-Slogger speichern. Weil, falls Bugs auftreten, könnt ihr den vorherigen Laden. Denn wir müssen jetzt hier so auf die Treppe sprinten. Das war sehr gut. Sehr schön. Die letzten Tage, die ich dabei immer aufbekratzen. Das ist der Mann. Lara musste mich eigentlich immer verspannen. Am speichern. Denn jetzt wird es... lustig. Sehr schön. Und was Lara noch kann, sie kann die Wand gestochen scharf einschneiden. So. So. Dies ist persönlich mein Hasslevel dieses Abschnitts. Weil es irgendwie, finde ich, so irrsinnig in die Länge gezogen ist. Trotzdem aber auch irgendwie leicht, bisschen und schwer. Und das Geniale ist, wir bekommen hier eine Kamera an sich dieser Licht. Die uns so viel Sachen sagen kann. Wir wissen nur nicht was. So Lara. Ich speier ja mal ab. Ich speier ja mal ab. Laden. Laden. Einfach laden. Warten, bis der Typ kommt und weg ist. Sie kann ja nicht mal schießen. Sie kann ja nicht mal schießen. Ähm. Lara. Seht zu. Ah. 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 Danke. So. Jetzt wird es lustig. Ich habe das Gefühl, es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Wusste ich doch, dass dein Kopf mehr zu bieten hat als nur ein hübsches Gesicht. Versuch mal mit der Infrarotbrille. Brille. Ja, das sind Laserstrahlen. Und ich glaube, ich werde es euch zwei nochmal zeigen und dann werde ich es Gnade-Nose-Cutten. So, auf den ersten Blick sehen wir nichts. Auf dem zweiten, na, sehen wir hier Laserstrahlen. Wenn wir die berühren, sind wir non-stop tot. Warten, bis sie wieder da sind. Sehr schön. Okay. Läuft ja ganz gut. Ja. Wir machen... Ich mach das und wir sehen uns, wenn ich drüben bin. So, Leute. Ich hab's geschafft. Jetzt heben wir hier noch was auf. Was groß Medipack-artiges. Und dann geht's weiter, weil... Ja. Ich hab's geschafft. Und das Schlimme ist... Ihr müsst... Über diesen Weg. Übrigens, das ist... Zwei haben wir jetzt unsere nächste und letzte Waffe des Spiels. Meine Güte, das mach ich nochmal. Ich war nicht drauf vorbereitet. Oh, 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 oh. Oh, die hätte sich fast das Genick gebrochen eben. Lara, ruf da jetzt. Mann, immer diese Zicken hier. So. Wir haben... 222 Scharfschützen-Modus. Mann, ey. Bis die mal so trifft. Ist ja Weihnachten vorbei. So. Gut. Ihr seht, der Feuerstoß-Modus frisst einiges. Aber egal. Man könnte den Typen auch ignorieren, aber wir auch nicht. So. Wow. Du Apfel. Summer! Wie viele Headshots hält der Typ aus? Ich hält mir die kleinen für später auf. So. So. Wir finden... Mmh... Munizieren. Nimm sie dir doch jetzt einfach. Mann. So. Und müssen dann... Dann... Den Knopf drücken. So. Fertig. Fertig. Obwohl ich glaube, da kommt noch einer. Nee, kommt nicht. Allein bis ich... Allein bis ich das das erste Mal... Beim ersten Mal durchspielen gefunden hab. Hab ich auch so ewig gebraucht. So. Wir finden jede Menge Munition. Wir haben schon wieder 42. Und bis ich kapiert hab... Dass die Roten mich töten, aber die Grünen nicht... Habe ich auch lange gebraucht. Ja. Diese roten Dinger können uns töten. So. Wir finden hier noch... Noch einen Fanghafen. Haken. Und weiter kann's gehen. So. Ähm. Auf. Wo geht's hier raus? Oh. Eine Schraubflinde. Ähm. Wo geht's hier raus? Verarsch mich? Nee. Laden. Wieso geht die immer zu? Hab ich irgendwas vergessen? Nix. Nix. Na gut, dann geht's halt da weiter. Ja. Teines Medipack. So. Lara muss jetzt nämlich ihre neue Waffe ausrüsten. Und es ist wichtig, dass ihr unbedingt jetzt... ...zwei-mal Munition vom Fanghafenwerker habt. Sonst habt ihr nachher zu wenig. Jetzt hatte ich aber Playstation mal und da musste ich shiten. Und das war nicht so toll. Aber warum ich... Ich hebe mir den Dings immer noch... ...Modus immer noch auf. Weil... ...wir den später nochmal brauchen werden. Den Feuerstoßmodus. Und von daher möchte ich mir den jetzt aufheben. Und guckt mal. Hier ist eine Kante. Da unten wäre keine. Das ist kein Klärband. Das ist nur eine reine Kante. Es ist 19.08 Uhr bei mir übrigens. Immer noch am 30.10 Uhr. Ich will das jetzt hier heute beenden. Hört nochmal auf Krach zu machen. Und ja. So. Jetzt kommt was Böses, oder? Ja. Da kommen jetzt nämlich gleich zwei Typen. Äh. Lara? Scheiße. Ich bin tot. Ja, mach mich tot. Danke. Ich hab die falsche Waffe ausgerüstet. Hab ich gewonnen, warum sie nicht schießt. Ich depp. Ja. Ausrüsten. Danke. Danke. Wie viel haben wir noch? 219. Haben die was für uns? Nein. Leute, das Dumme ist, wir müssen jetzt. Jetzt sofort. Wieder. Über die Gläser. Zurück. Ich probiere es ein, zwei Mal und dann. Und dann sehen wir uns wieder. So. Ich hoffe jetzt, dass ich nicht so lange mit Marco dran hänge. Also sprich nicht an den Lesern, aber... Aua. Mama. Seid ihr alle bekloppt? So. Okay, wir sehen uns, wenn ich durch bin. Bis dahin, schau. So, Leute. Ich hab's geschafft. Ich bin soweit durch. Und jetzt müssen wir wieder da zurück, wo wir hergekommen sind. Bloß, ich weiß grad nicht, wo wir hergekommen sind. Von daher kann das ein wenig dauern. Danke. Ähm. Ich hab's wirklich geschafft. Die Uhr ist mittlerweile 19 Uhr. Ich meinte nicht 19.30 Uhr, ich meinte 19.03 Uhr. Drei. Jetzt ist es 19.14 Uhr. Eigentlich erst 18.00 Uhr, aber wir haben eine Zeitverschiebung. Und von daher. Ja. So. Und wo geht's jetzt weiter? Gute Frage, ne? Fang haben. Wie viel haben wir davon noch? Wow. Reicht. Ausrüsten. Feuer. Abspeichern. Und hinspringen. Achso. So, wo muss ich jetzt hin? Ich glaube, ich muss da rüber. Ich bin mir nicht sicher. Könnte richtig sein. Könnte aber auch ein Secret sein. Aber das war ein Secret, oder? War das der richtige Weg? War das der richtige Weg? Ist der weg? Äh, den. Hier sind wir richtig. Alles klar. Hier sind wir richtig. So, gleich? No. Doch. Hi. Das war so nicht geplant. Danke. Ah. Natürlich. Also, es tut mir. So. Was? Leck den Hebel um. Oh Gott. Mann. Lass mich das Medi holen. Wir fangen wieder ganz so um an. Brenn. Danke. Speicher. Ich habe so viele Medis nicht mehr. So. Komm, speichern. So, ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau. Habe ich das Level nicht mehr in Erinnerung. Ich brauche einen Medi. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Habe ich schon so voll. Danke. So. Ich hatte bis jetzt noch keine Bugs. Gott sei Dank. Und wir müssen jetzt... Nachdem ich gespeichert habe... Da an das Seil. Danke. Das war das Telefon. Moment. Oh. Laden. Laden. Hä? Lara? Bist du bekloppt? Bist du? Die ist bekloppt. Quatsch. Quatsch. Toll. Das war inzwischen zwei von mir. Furcht nur. So. Greif das Seil. Schwinge da ran. Sag mal. Mal eins macht sie, weißt du? Mal eins wäre sie von der Höhe her so weit und dann im nächsten Moment Gut Ein zurück Doch nicht Hä Lara Okay Glitsch da durch Da hab ich gar keine Sorgen mit Oh Der Part Den hab ich auch noch ganz gut in Erinnerung Ihr kommt da rein Hier bin ich jetzt noch nicht dran Ihr müsst euch erst hier ablassen Dann merken Oh Hier geht's ja gar nicht weiter Nur der offizielle Weg Der ist rechts Rechts Hier so durch Hier hoch Hier hoch Okay Einmal speichern Nochmal abspeichern Den Waffenmodus wählen Den Schnellfeuermodus auswählen Nochmal speichern Den Zellen diesmal Nein Mach Oh Versaut Lara Medipack Den Typen jetzt einfach draufballen Einfach draufballen Jetzt stirb Okay Da unten wäre jetzt ein Medipack und eine goldene Rose Ich habe aber nur noch eins Und ich hoffe ich werde auch nicht mehr als eins noch brauchen Deswegen hoffe ich, dass Lara es nicht versaut Danke Das habe ich das erste Mal geschafft Aber Plays hier habe ich 20 Minuten gebraucht So Den Fanghafen hier einsammeln Da rüber gehen Rüber Das macht Lara einfach automatisch Und einmal durchatmen Nochmal abspeichern Wieder ganz oben Den Fanghafen rausholen Das wird das letzte Mal deswegen glaube ich benutzen So Ähm Nein Wir werden nicht sterben Oh 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 Treppe doch das Seilmädchen Oder bist du besoffen So Okay Ein einfacher Sprung Man Kann ja nicht so schwer sein Wir stellen uns heute mal wieder besonders dämlich an Hä Leute Muss ich das verstehen Oder muss ich es verstehen Danke Geh bitte ganz runter Danke Und hole Schwung Noch Hä Warum lässt sie sich denn jetzt Warum lässt sie sich denn jetzt fallen Muss ich jetzt auch nicht verstehen Oder Genau das hatte ich vorhin schon mal Lara schwing einfach Spar dir die Mühe Und schwing einfach Das reicht nicht Ach komm ich zeige euch was passiert Wenn wir ins Wasser gehen Ja gut wir krachen zusammen Und wir werden Verschmolzen Ähm Weil der Typ der macht ja hier gebrutzelt So Lara Jetzt Geh Ein Stückchen runter Ähm Nein Entschuldigung Falscht hast du Genau Genau So Ich weiß jetzt nicht wie lange wir aufnehmen Es ist mir auch scheißegal Es wird auf jeden Fall Ein Part Werden So Jetzt können wir nämlich Mit einem Weiten Sprung Danke In der Luft Speichern Können dann Hier runter Und Leute Als ich das damals Das erste Mal Geschafft habe Habe ich gedacht Wollen die mich Verarschen Das denke ich Achso Ähm Du musst ja nämlich zweimal hoch Toll ne So Das Ding Sammeln wir noch auf Und hier lag auch noch Irgendwo noch ne Rose Ne Ist mir egal Ich sammle keine Secrets So Müssen wir hier wieder hoch Diesmal Wiederspeichern Wie viel Leben haben wir noch Das geht noch Einmal müssen wir noch nachführen Mit zwei großen Sollten wir hinkommen Entschuldigung Wenn ich manchmal ein bisschen lauter werde Aber mich nervt dieses Spiel einfach Und ich würde es durch haben Bleib da Bleib da Ganz ruhig Danke Danke Dankeschön Dankeschön Danke Dass sie das machen Was sie sollen So Ein vor Da Festhalten Runter Wir müssen das Wasser nämlich wieder anstellen Leute So Nein Nein Lara Habt ihr es jetzt mal gesehen Da triggert sich das Leid Das Seil erstmal vor meiner Nase Geh runter Dann schwingst du Dich da Ja okay So geht Betätigst nochmal diesen Hebel Während ich speichere So Flipper Und können uns jetzt Hier reingehen Fertig Das war auch schon die ganze Aktion Das war Der erste Cyborg Der zweite kommt noch Den müssen wir mit Gas ausschalten Weil Cyborg Halb menschlich Halb Maschine Und das Maschine wird ihm beides Einmal wird ihm die Menschlichkeit zufängers Und das andere mal die Maschine So Nämlich Jetzt Da wären vorher Strahlen gewesen Sind jetzt aber nicht mehr So Ich setze ein großes Medipack ein Speichere trotzdem nochmal Weil das jetzt Ganz lustig wird Wo? Speichern Und setzt unser letztes Großes Medipack ein Dass Lara gleich wieder Gammelt Leute ich lad dann nochmal Wir sind uns nicht wieder damit So Dann bin ich wieder Hier speichern Zwischen Ich bin da jetzt Tatsächlich Durchgekommen Ohne mein letztes Medipack Zu verschwenden Denn Leute Das Schöne daran ist jetzt Wir müssen jetzt Erst den Cyborg herunruhen Bewegung bleiben Mädel Du hast verdammt so viele Jungs Die mit dir tanzen wollen Man gewöhnt sich dran Wo geht's denn hier raus? Ich hätte da einen Aufgang für dich Aber du musst mir versprechen Okay Wir kriegen das hin Komm Lara Das war zu lahm Lara Komm her hier Komm Lara Renn 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 Danke Wo ist der Cyborg? Ist der schon hinter mir? Oder wo ist er? Ne der ist da drin Sehr schön So Leute Wir haben keine Medipacks mehr Unsere Lebensenergie sieht es noch ganz gut aus Aber wir müssen sowieso nicht mehr allzu viel machen So Speichern Jetzt wird's richtig lustig Und ich finde mich hier grundsätzlich nie zurecht Da ist ein Cyborg Ähm Toll Das bringt uns nix Lara betätigt ihn wieder Wir müssen hier raus Luft holen Und wieder rein Ja natürlich Die geht nicht Ja Natürlich Okay Geradeaus Wieso Wieso Habe ich schon wieder zu wenig Leben? Hä? Wieso geht meine Lebensenergie von alleine runter? Wir müssen jetzt sozusagen den Hebel suchen Okay Komm Wir finden den Ja da war ich hier eben auch Und trotzdem geht meine Energie von alleine runter Was soll denn der Mist So weit war ich eben auch schon Geh da Nein Warum denn auch? Wir machen uns nochmal Es kann ja nicht sein, dass ich hier den Weg nicht finde Gehen wir geradeaus Ist das immer noch derselbe Raum? Lass es nicht derselbe Raum sein Lass es nicht derselbe Es ist derselbe Raum Was soll denn der Mist? Es ist derselbe Raum Leute Was soll denn der Mist? Es ist ein und derselbe Raum Okay Leute Ich such den richtigen Raum Und bis gleich Tschau So Leute Ich hab's gefunden Ich zeig's euch Es ist simpel Wir gehen ja hier rein So Schnelldurchlauf hier So Dann links Und betätigen Diesen Hebel Hebel, 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 hebel Dann Haben wir immer gedacht Hier geht mir rein Ja Aber Wir öffnen damit noch was anderes Erstens mal Hier ist jetzt ein Typ 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 Und zweitens Wir können jetzt Den Typen Moment Ich speichere ab Erledigen Hier ist jetzt nichts Und der Typ Müsste da drin sein So Und dann Wenn ich jetzt glaube Dass er jetzt umgekippt ist Wenn nicht Kann ich mir nicht erklären Gehen wir jetzt hier wieder zurück Raus aus dieser Giftbrühe hier Hier rechts Rechts Und So Öffnen Scheiße Der läuft noch Wo ist der denn Ähm Hallo Bist du tot? Scheiße Der ist nicht tot Wo ist der denn? Okay Ich hab keinen Bock mehr Wir sehen uns Wenn ich das Teil von dem Typen hab Bis dahin Schau So Ich bin wieder da Wir legen diesen Hebel um Und der Typ Verreckt da drin Jetzt Äh Es ist lange lange her Aber so lange Nun auch wieder nicht Und ich denke Es sollte passen So Jetzt verreckt doch Danke Schön So Hängen wir wieder zurück Damit Wir hier drin Wieder raus können Ähm Ihr seht Ich habe relativ wenig Leben Hab aber wahrscheinlich noch Ein, zwei Medifacts Gespart Die wir jetzt aber eigentlich Nicht mehr brauchen Ich denke ich werde noch so 10,5 Minuten maximal So Hier können wir jetzt auch wieder aufmachen So Zurück Hier rum Sprinten Und uns Das zweite Teil Von diesem Typen holen Jetzt geht's weiter Jetzt ist hier nämlich wieder offen Wir können jetzt hier wieder lang Und diesmal links Hier können wir wieder hoch Und drehen uns um Und springen da hoch Dann können wir da oben links Weg Und dann sind wir auch schon wieder Beim Ausgang Stopp Prima Mädchen Das war Spitzenarbeit Und jetzt schwing deinen knochigen kleinen Hintern da raus Hey Wir bleiben aber in Verbindung Abgemacht Vielleicht wären wir ja noch Brieffreunde oder sowas Knochiger Hintern Das will ich überhört haben Aber wir bleiben in Kontakt Und jetzt mach Platz Jänkifatzke Ich komme raus Jänkifatzke Auf die Freunde, die nicht bei uns sein können. Genau. Möge sie in Frieden ruhen. Herr vom Kreuz! Herr vom Kreuz! Schnell! Hier drüben! Was ist los, Mann? Was haben sie gefunden? Zeigen sie her! Na los, zeigen sie schon! Wir haben sie gefunden! Ja, das war mein Let's Play zu Tomb Raider 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Abo und ein Like da. Oder vielleicht sogar ein Abo. Ich lasse euch jetzt noch die Quels durchlaufen und dann sehen wir uns bei meinem Let's Plays. Bis dahin, ciao! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020